so wie man weiter hier achtung vor diagramm ok dann ist schon mal scheiße schon mal blödes zeichen hier kommt aber schon irgendwas oder seele verlogener untotter wir finden so viele sehen das ist gut dass wir die finden können wir zumindest ein bisschen aufwerten störtiger mein schwert macht damit schon wieder sehen man wie geil ist das so was haben wir hier blutfleck berühren wollen wir nicht der tunel angst vom nächsten boss und das wird kommen lässt sich von dieser seite nicht öffnen er wird kommen er wird kommen ich habe angst dass sie wieder irgendwas werfen das kann ich nämlich so überhaupt nicht gebrauchen digga du brauchst zu lange mann du brauchst eindeutig zu lang bring die fässer bringt es überhaupt irgendwas ach da sind gehalten das sind dings eine abkürzung ja ach so wir haben auch gewolltet nice so komm brandbombe nein mann spiel ist so schlecht gemacht wird das wirklich du kriegst so hart aufs maul spiel ist so schlecht programmiert so grobmotorisch die hitboxen katastrophal und genau deswegen ist es so schwer wie es ist genau deswegen ist es ein dark souls weil es total billig da kommt ein bosskampf weil es total billig gemacht ist ok da gehen wir noch nicht rein wo sind wir hier ich muss natürlich auch gewährleisten dass ich wieder zurückkomme ich will nämlich nicht komme ich hier wieder zurück ich versuch's ich versuch's große seele nehmt das mal füllen uns mal wieder auf also lang wenig wieder so solange nicht wieder solche scheiß skelette kommen geht's digga man hör doch mit der scheiße auf alter er tritt auch manchmal obwohl er gar nicht treten soll das ist das nächste dinge er soll gar nicht treten aber er tritt genau das selte problem gab es bei dark souls 3 auch schon nicht verbessert was bringen die dinger richtig um was bringt mir das ist mal ohne scheiß was bringt mir das nachricht lesen links geheimgang ich habe angst ich habe angst oh hier haben wir was schon wieder eine seele alle digga da können wir auch immer wieder gut leveln hier da können wir bestimmt zwei level hin so ok das scheint ein geheimgang zu sein da werden wir mal von oben irgendwo kommen können würde ich mal sagen würde ich sagen gehen wir wieder zurück und gehen mal hier links ich will ja eigentlich wieder zum leuchtfeuer muss ich ja zu geben eigentlich will ich wieder zum leuchten gibt's hier nicht irgendwas irgendwas muss ich hier doch geben oder oder auch nicht ok dann können wir eigentlich nur noch hier rechts gehen ist der einzige weg den wir gehen können hier kommen wieder welche hoch mach's gut digga schlag doch dahin wo ich dir sagen soll ich hinschlag man hör auf hör auf hör auf hör auf und tot und tot und tot ich weiß nicht werden die ästle starcons wieder regeneriert abfall was auch immer mir abfall bringt äh ich werde die wieder regeneriert wenn man zum leuchtfeuer geht das würde mich mal interessieren ich hoffe schon ansonsten ist bald feierabend hier kommt man hier durch ne hier komme ich wieder rüber oder ah ok kommt man wieder zurück das ist sehr nice das ist sehr nice Menschlichkeit was auch immer es bringt ok kommen wir wieder runter das ist sehr gut ich glaube wir gehen erstmal zurück saven oder das ist mir ein bisschen wichtig aber nur ein bisschen hey das schwere feuerbandschrein genau hier will ich hier wir dürfen auch nicht runterfallen ansonsten ist schicht und schocken ich würde auch gerne mal den boss probieren aber zuerst werde ich mir nochmal punkte holen das ist wichtig äußerst wichtig bevor wir hier drauf gehen und übel zu am Arsch sind jetzt bin ich mal gespannt ob die SS-Fakons wieder regeneriert werden das würde mich jetzt mal interessieren aber eigentlich schon oder? ja aber wie viel sammle ich denn da? oder habe ich immer nur 10? egal wie ich bin das würde mich mal interessieren so wenig ok dann nehmen wir nochmal die nehmen wir nochmal die Dinger wir haben eine große Seele die nehmen wir warum er jedes mal raus geht aus dem Menü man bleibt doch drinnen benutzen gleich 4 Stück kommen bam muss jetzt reichen wir müssen uns jetzt was verkaufen können aufsteigen aufsteigen komm Stärke nochmal reindrücken einmal hier komm wir sind Level sehe ich nicht wo sehe ich wie viel wo sehe ich welches Level ich habe und was bedeutet da oben die 0 keine Ahnung ok wir sind wieder ein bisschen stärker so ich würde sagen Leute wir versuchen mal den Boss da oben versuch mal da nochmal hinzukommen ich weiß gar nicht mehr wo der genau war ja komm ich jetzt schon auf hin hier müssen wir chillig machen hier erstmal ok die kriegen nicht mehr Schaden die kriegen nicht mehr Schaden obwohl sie eigentlich obwohl sie eigentlich mehr fressen müssen oh shit Brandbomben das ist gefährlich das ist gefährlich ok der Typ da kommen jetzt aber wieder mehrere da müssen wir wieder extrem aufpassen ja er wirft und wirft er wirft und wirft da müssen wir schnell hin zack oh da kommt der nächste ne lass mich die erstmal schon umhauen hier so was was haben wir hier noch gibt es hier Geheimnäge die Frage die brennt mich ne das ist so eine wichtige Frage für mich finde ich allerdings Leute ich nehme drei Folgen am Stück auf deswegen kann es sein dass ihr nach der ersten Folge schon viel geschrieben habt und nicht einfach ja Gift na klar so ok wir haben zwar schon Leben verloren aber ich bin mal ein guter Ding ey wir versuchen mal den ersten Boss so den first Boss wenn wir da nochmal hinkommen ohne drauf zu gehen ohne den Estus Flakon nochmal zu verwenden was ich eigentlich möchte aber wir müssen Digga man ich 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 hab das Schild draußen zack das ruft natürlich jemand an aber ich gehiga jetzt nicht ran oh 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 oh. Noch ist alles gut. Wir werden uns gleich nochmal hochreilen. Und dann werden wir das Ganze nochmal versuchen. Und gucken, wo wir hier hin müssen. Da ist der Boss. Okay, wir versuchen es. Wir gehen nochmal rein. Durch den Nebel schreiten. Wünscht mir Glück, Freunde. Wünscht mir Glück. Jetzt sind wir... Der Nebel, der bedeutet nicht immer... Der Nebel bedeutet nicht immer... ...dass da ein Boss kommt. Das ist hier anders. Das ist nur so ein... ...so eine weitere Abkürzung. Oder so ein weiterer Punkt auf der Map. Irgendwie. Oh shit. Holy! Okay. 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 Wie komme ich da rüber? Kommt man da überhaupt rüber? Kommt man da rüber? Wir können es versuchen. Wenn man runter steht, ist das nicht so schlimm. Wir können eigentlich weit springen. Er springt halt gerade. Digga. Ey, wo kommt er jetzt her? Wo kommt er jetzt her? Ey, sowas... Sowas täte mich immer brennend interessieren. Sowas interessiert mich. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist möglich. Oh oh. Ich höre welche. Achso, wir haben ihn angelockt. Das könnte sein. Ne. Ich glaube, da müssen wir von der anderen Seite wahrscheinlich irgendwie hinkommen. Das sieht nicht so aus, als wenn... ...das irgendwie geht. So. Okay. Vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, warte, 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 warte. Das steht hier. Ach, Blutfleck. Das interessiert mich nicht. Oh shit, oh shit. Ich schieße schon wieder ein. So ein scheiß Bogentyp. Ja. Scheiß Bogen, ey. Okay. Kommt man hier rein? Ja. Ja. Ha. Bolzschild. Wir haben auf jeden Fall schon... Ich weiß nicht, ob es der nicht runterkommt. Ich nehme jetzt mal einen Flakon. Sicher ist sicher. Ich höre hier... Ich habe hier Schilder. 50. 54. Der Dreischschild ist immer noch das Beste. Das Teichschild ist immer noch besser. Aber wir nehmen trotzdem mal das Holzschild auf und rein. Können wir mal versuchen. Das ist ja geil. Versuchen wir eigentlich... Keine Ahnung. Das müsste da stehen, was für was ist alles leider nicht dasteht. Ist es geil. So, wir haben auf jeden Fall schon wieder gut Punkte. Da ist Leuchtfeuer. Sehr nice. Sehr nice. Kann man eigentlich... Kann man eigentlich von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer? Man konnte doch früher mal porten. Wisst ihr das noch? Kann man das hier auch noch? Nächste Frage. Geht das noch? Wie ein Schindes mal. Und gehen mal wieder ein bisschen was aus. Aufsteigen. Wir machen mal Vitalität jetzt mal. Wir machen mal kunterbunt einmal ein bisschen durch. Oh, wir müssen aufpassen. So, Digga. 8,75. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Oh, shit. Ach, da ist wieder so ein Bastard, der was wirft. Nicht, nicht die... Beide mit einem Schlag. Zwei Schläge. Sehr nice. So, wir müssen aufpassen. Der wirft auf jeden Fall rein, der Typ. Oh, shit. Oh, shit. Holy shit. Komm, Digga. Zack. Sehr schön. Können wir das Tor aufmachen? Lässt sich von dir seitdem nicht öffnen. Das ist klar. Warum auch? Warum soll das gehen? Digga, du sollst zuschlagen. Und nix anderes. Nicht treten. Nix. Einmal zuschlagen. Oh, okay. Ey, das ist so verwirrend. Hier ist es mega groß. Auch vor allem. Wir haben noch keinen weiteren Boss getroffen. Ich bin froh darüber, dass wir noch keinen Boss getroffen haben. Ganz ehrlich, ich will gar keinen Boss mehr treffen. Drei. Frei. Ja. Ja. Alles klar. Ja. Wollen wir mal Flakonen erstmal reindrücken. Er mit seinen Scheißbomben die ganze Zeit, ne? Die mit ihren Scheißbrandbomben. Die sacken so rein, die Digger. So. Oh, bitte nicht von außen irgendeinen Gegner. Die haben mich noch nicht gesehen. Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon Angst gekriegt, ne? Dass jetzt einer reinkommt und wir auf engstem Raum gegen den kämpfen müssen. Hört, ich habe mal sowas von keinen Bock gehabt. Okay, dann müssen wir auch hoch. Der kommt runter. Jetzt müssen wir schnell raus. Schnell raus. Schnell raus. Schnell raus. Bevor der herkommt. Ist der jetzt runter oder ist der nicht runter? Ich glaube, der kommt nicht. Wir klettern mal rauf. Den können wir von hinten erstechen. Das sollte gehen. Den anderen eigentlich auch. Das könnte... Irgendwo läuft doch hier. Irgendwas hört ihr das? Ich kann da nicht rüberlaufen. Ich kann da nicht rüberlaufen. Zack. Verlohne Seele. Sehr nice. Oh, der hat wieder was. Oh, der hat was und fällt runter. Auch das ist klar. Auch das ist so klar. Ne, egal. So, Digga. Okay, dann haben wir das hier auch. Ich höre hier irgendwas. Irgendwas unter mir läuft. Irgendwas krasses. Glaube ich. Irgendwas fettes. Verschlossen. Wir dürfen definitiv nicht sterben. Das ist... Ach, zwei Schildtypen. Das ist blöd. Komm, erst mal nur einen. Das geht. Sehr nice. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Komm. Komm. Komm, lass mich gesehen. Freu dich. Hübscher Junge. Ja, komm. Komm. Kommst du jetzt? Komm hoch. Ich will nicht, dass der andere mich sieht. Ich muss vorsichtig sein. Na los, komm angerammt. Ja. Ja. Ist sie, ist komm nicht, kann sterben. Ey, das schlägt doch nicht zu. Digga, was soll das? Nimm jetzt scheiß Heilung. Ey, was soll das? Ey, so ein Bastard. So, komm her, hier, los. Jetzt mach dein scheiß Angriff. Geht doch. So, zack. Wenn er den macht, dann ist Feierabend. Ne, Blutfleck brauchen wir nicht. Okay. Ich sehe es. Komm, wir müssen eh gleich wieder zurück. Wir müssen es speichern. Ich will nicht draufgehen, Mann. Wenn wir jetzt draufgehen, weil wir, finde ich, eine ganze Menge Seelen. Das wäre echt schade. Dann kommen wir irgendwie. Oh, 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 oh. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Ich weiß gar nicht, warum ich es spiele. Ich weiß nicht, warum ich es spiele. Oh, komm. Man muss wirklich auf alles gefasst sein, ne? Auf wirklich alles. So. Komm mal. Verschlossen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein Geheimgang. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen. Aber ist ja klar. Warum sollte das ein Geheimgang sein? Ist ja klar, dass wieder keiner ist. Was bringen wir die Fässer? Bringen wir den Dark Souls 1 überhaupt was? Ich glaube nämlich nicht. Bei Dark Souls 3 haben die ab und zu was gebracht. Und was bedeutet jetzt die Eins da oben links? Was bedeutet die... Oh, nee. Hier kommt ein Boss oder so. So eine Kacke. Viel Erfolg. Nee. Nee. Ich will noch nicht zum Boss. Ich gehe wieder zurück. Wir holen uns nochmal ein neues Level. Und dann kann man immer noch hergehen. Aber wir gehen mal hoch gucken. Viel Erfolg. Ich will keinen Erfolg. Was sind das für Töne? Okay, ist egal. Wir gehen nochmal zurück. Lieber gehe ich zurück, Leute. Mach safe und töte die nochmal. Weil, ganz ehrlich, lieber nehme ich jetzt das Level noch mit. Das ist für mich wichtig. Kommen wir hier irgendwie rüber? Man kann ja hier auch noch runtergehen. Aber ist das gut, hier runterzugehen? Einer war oben im Turm und einer unten. Oh, shit. Versuchs mit Parien. Oh, nee. Oh, nee. Ich will noch nicht sterben. Okay. Hier gehen wir lieber nicht lang. Ich glaube, ich gehe wieder zurück speichern. Das ist mir zu kacke. Das ist mir zu gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Nicht, dass ich den nicht schaffe. Und dann hat er mich. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt mal nochmal einen anderen Weg. Wir merken uns die Stelle. Die merken wir uns auf alle Fälle. Können wir hier noch was drinnen machen? Da kommen wir nicht rein. Verschlossen. Stimmt. Hier waren wir oben. Hier können wir wieder runter. Vielleicht kriegen wir den Typen noch, der hier runtergefallen ist. Ist einer runtergefallen und hat Loot fallen lassen. Hier waren wir auch noch nicht, glaube ich. Oh, oh. Hoffentlich kommt der jetzt nicht, den ich da höre. Hoffentlich kommt der nicht, den ich da höre. Klingt so, als würde er näher kommen. Ich mache die Tour auf. Schwarze Feuerbombe. Cool. Wir haben uns noch vier Essens-Flakons. Achtung vor dir, links. Ah. Danke dir. Vielen, vielen Dank, Bruder. So, hier gibt es nichts weiter, okay. Okay, den hatten wir auch. Sehr schön. Hier sind wir durch. Okay. Sehr gut. Kann man hier runter? Nee. Ich glaube, da sind wir auch tot, wenn wir noch runterspringen. Also, wir liegen sicher. So. Waren wir hier schon mal oben? Nee. Mal zuerst speichern, oder? Mal zuerst. Zuerst machen wir mal diesen. Aufsteigen. Wir können sogar zwei Level, nice. Das machen wir. Cool. Jetzt haben wir wieder ganz wenig. Das ist ja nice. Ganz wenig Punkte. Das heißt, wir verlieren nichts. Das ist wirklich äußerst gut. Sonst können wir eventuell nochmal schnell den fetten Ritter versuchen. Ich weiß nicht. Irgendwie. Irgendwie können wir Stärke skillen, so viel wie wir wollen. Wir kriegen trotzdem Ex... Also, wir machen trotzdem sau wenig Damage. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das ist halt kacke hier, wenn... Das ist halt kacke hier, ne? Wenn... Oh, warte, hier kommen wir nicht durch. Wenn die ihre scheiß Brandbombe... Jetzt kommen hier oben auch wieder diese Brandbomben-Typis. Kacke. Komm schon, wir nehmen da einfach nochmal Heilung dann. Sollte besser funktionieren. Wir nehmen auch nochmal das andere Schild raus. Und heilen auch jetzt. Warum haben wir jetzt bloß noch fünf? Warum haben wir jetzt weniger Estus-Flakons? Verstehe ich jetzt wieder nicht. Verstehe ich wieder nicht. Ah, das ist auch wieder einer oben. Immer das Gleiche. Komm. Okay, nice. Warte, Digga, ich hole dich schnell weg hier. Warum haben wir jetzt wieder weniger Estus-Flakons? Das würde mich jetzt mal wieder interessieren. Haben wir nicht gerastet? Muss man das Rasten vielleicht richtig auswählen? Aber das macht er doch automatisch, oder nicht? Ich verstehe das nicht. So, den haben wir schnell gemacht. Sehr schön. Zack. So haben wir sehr schön. Jetzt können wir hier runter. Jetzt können wir den nochmal versuchen. Beziehungsweise haben wir noch nicht versucht. Wir versuchen ihn jetzt. First try, komm. Oh, oh. Ich habe Angst. Er hat keinen Schaden genommen von uns. Er hat keinen Schaden genommen. Der nimmt gar keinen Schaden. Der nimmt gar keinen Schaden. Digga, was ist das für ein Typ? Oh, 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 oh. Wir kriegen den übelst auf den Sack. Wir kriegen den... Nein. Mensch, weil er so lange zum Trinken braucht, Mann. Ja, was willst du da machen? Ganz ehrlich, Leute. Was wollt ihr da machen? Oh. 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 Trink, 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 trink. Also das letzte Flakon. Er sticht hoch. Dieses Spiel. Ich will jetzt mal sterben. Ich will mal gucken, was passiert. Ich will mal gucken, wo wir jetzt anfangen, wenn wir jetzt sterben. Ihr seid gestorben. Wo fangen wir jetzt an? Beziehungsweise haben wir wieder volle Estus-Flakons und hat er auch gespeichert. Null. Wir haben die Seelen verloren, die wir hatten. Das heißt, man muss die Seelen immer ausgeben. Ansonsten... Wir haben auch wieder bloß noch fünf Estus-Flakons. Ach, das waren zu, dass Estus-Flakons. Jetzt verstehe ich das. Okay. Okay, gut. Gut, Leute. Würde ich sagen, machen wir den Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe es euch gefallen. Falls ihr mehr sehen wollt, Leute, lasst einen Daumen nach oben. Da gibt es auf jeden Fall Feedback. Schreibt, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge zu Dark Souls 1 für Master. Ciao. Ciao.